Hallo und seid herzlich willkommen zu meinem nächsten Video von Splatoon. So, ihr wisst ja beim letzten Mal haben wir geboren. Und ich hoffe diesmal, dass es diesmal wieder so sein wird. Weil das werden wir ja noch sehen. Gut, ich sehe gerade Lan ist jetzt Level Stufe 12. Was irgendwie nicht sein kann, denn beim letzten Mal war er noch Stufe 1. Wahrscheinlich ist es ein anderer, der genauso heißt. Okay, da ist jemand dieselbe Warte wie ich im anderen Team. Einer Stunde, die macht ja diese Dinger auch. Ich mach das mal ein bisschen hinter. Aber nur ein bisschen. Ich spüre das hier. Welche vom anderen Team sind. Wow. Welche vom anderen Team sind. Deine darme jetzt gleich noch dafür. Ja. Ich habe ihn jetzt in der Geschichte. Und ich fühle das noch zusammen. Ich höre das. Das war viel Sätze, die war super. Okay, und es ist nur noch einer in unserem Team. Okay, jetzt sind es wieder zwei. Okay, jetzt bin ich noch ein paar Sachen. Oh Gott. Set, set, set. Und es ist nur noch ein Morte Zelt und es sieht schlecht gut aus. Aber ich hoffe, wir werden trotzdem. Und wo sind die ganzen Doppel? Ich habe ja nicht einen Eindruck. Ach ja! Oh, ich habe einen besiegt. Was ich eigentlich nicht wollte. Ich wollte den noch nicht so besiegen. Wir haben ihn verloren. Haus hoch. Und damit möchte ich mich verabschieden. Und ich habe nur zwei von unserem Tiguan. Und sogar die Silke fangen. Ja. Ja.